Deutschlandfunk. Kontrovers. Es ist der Streit um Nordkorea und sein Atomprogramm. Nordkoreas Raketen, die inzwischen auch die USA erreichen können. Es ist auch deshalb ein Konflikt, der vor allem ausgetragen wird zwischen Nordkorea und den USA und vor allem zwischen zwei Männern. Kim Jong-un, dem Machthaber in Pyongyang und Donald Trump, dem US-Präsidenten. Wie gefährlich ist das alles? Droht hier wirklich ein Atomkrieg? Und vor allem, wie ist es zu dieser Eskalation gekommen? Hat die internationale Gemeinschaft in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Fehler gemacht? Oder hat es die Welt hier einfach mit einem unberechenbaren Machthaber zu tun? Der Streit um Nordkorea. Wer ist schuld an der Eskalation? Das ist unsere Frage an diesem Montagmorgen. Die Frage, die wir in den kommenden anderthalb Stunden diskutieren wollen. Und zwar mit diesen Gästen. Der Politikwissenschaftler aus Bonn. Christian Hacke ist mit dabei, zugeschaltet aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Hacke. Seien Sie gegrüßt, Herr Armbrüster. In Basel begrüße ich den Schweizer Publizisten, Buchautor und Historiker Daniele Ganser. Auch er mit dabei. Guten Morgen, Herr Ganser. Ich grüße Sie, Herr Armbrüster. Und zugeschaltet aus dem SWR-Studio in Ahlen ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. Schönen guten Morgen, Herr Kiesewetter. Guten Morgen, Herr Armbrüster. Leider nur über Handy. Die Technik funktioniert nicht. Da arbeiten wir noch dran, aber wir verstehen Sie sehr gut. Das ist die Hauptsache. Wir wollen natürlich wie jeden Montagmorgen auch mit allen Hörerinnen und Hörern diskutieren. Denn wenn Sie sich einbringen wollen in diese Debatte, wenn Sie eine Frage oder Anmerkung haben, dann melden Sie sich einfach unter der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie einfach eine E-Mail an kontrovers-at-deutschlandfunk.de. Thema der Streit um Nordkorea. Und wir haben da heute Morgen schon so einiges zu hören bekommen. Schneider aus Bayreuth. Ich bin der Auffassung, dass Donald Trump die Hauptschuld trägt. Donald Trump gießt hier mit seiner Rede, indem er Jesaja zitiert, nur unnötig Öl ins Feuer. Nordkorea ist militärisch überhaupt nicht in der Lage, den USA irgendwie auch nur annähernd gefährlich zu werden. Manfred Kirsch aus Neuwied. Ich bin der Meinung, dass beide Seiten Schuld haben. Jedoch muss man eindeutig feststellen, dass die Kriegsrhetorik und das Säbelrasseln leider auch vom US-Präsidenten Trump ausgeht. Ich denke, dass Trump ganz einfach mit seiner Aufgabe überfordert ist. Hier ist Ruth Runge, Leipzig. Ich sehe als Schuldigen Kim an mit seiner überbetonten Machtgier im Rahmen seiner kommunistischen Ideologie. Otte aus Rosenheim. Meiner Meinung nach sollte Amerika auf die Präsenz seiner Kriegsschiffe in der Gegend von Nordkorea verzichten, beziehungsweise auf Manöver, um die Lage zu deeskalieren und Nordkoreas Wunsch auf Augenhöhe zu verhandeln, nachkommen. Friedrich Berlin. Die Ankündigung der USA gegen Venezuela kommt Nordkorea gerade recht. Jetzt können Sie nämlich sagen, wer keine Atomwaffen hat, ist nicht sicher vor den USA. Günter Förster, Bielefeld. Bei der ganzen Berichterstattung über die Nordkorea-Krise wird übersehen, dass Nordkorea schon 1994 unter Kim Il-sung bereit war, auf Atomwaffen zu verzichten. Diese Bereitschaft wurde zurückgenommen, nicht nur, weil die USA Nordkorea ständig durch Manöver bedrohen, sondern auch, weil sie systematisch jeden missliebigen Staat vernichten. Soweit also die Anmerkungen unserer Hörer heute Morgen hier auf unserem Anrufbeantworter. Herr Kiesewetter, wenn wir uns das alles angehört haben, da landet eine Menge Kritik bei diesem Konflikt bei Washington. Eine Menge Kritik in Richtung Donald Trump, in Richtung US-Außenpolitik. Überrascht Sie das? Nein, das ist natürlich schon sehr misslich, dass Trump äußerst unbedacht und auch unerfahren agiert. Es fehlen die mäßigenden Einflüsse auf ihn und er heizt durch sein Verhalten den Konflikt noch weiter an. Aber der Konflikt geht natürlich schon seit vielen, vielen Jahren von Nordkorea aus mit ganz unterschiedlichen Ursachen. Aber das Vorgehen der USA verstärkt den Konflikt und das ist hochbedauerlich. Herr Ganser, was sagen Sie, wie viel Schuld tragen die USA an dieser Eskalation? Nun, ich bin mit diesen Hörern, die ich jetzt gerade gehört habe, einverstanden, dass erstens Trump ungeschickt agiert, indem er Öl ins Feuer gießt, mit Aussagen, wenn er eben sagt, geladen und entsichert, militärische Lösungen seien vorbereitet. Das ist eben das Gegenteil von Deeskalation. Und im Übrigen sieht man ja auch, dass die USA in den letzten 70 Jahren am meisten Länder bombardiert haben. Da bin ich schon der Meinung, dass die USA eigentlich de facto historisch die grössere Gefahr sind für den Weltfrieden als Nordkorea. Christian Hacke, Sie haben sich in Ihrer Zeit als Politikwissenschaftler an der Universität Bonn jahrzehntelang mit Konflikten, auch wie dem jetzt mit Nordkorea, beschäftigt. Können Sie uns sagen, wie gefährlich ist die Lage tatsächlich? Also, ich warne vor Alarmismus und auch vor Parallelen, wie man sie in diesen Tagen hört, von der Kuba-Krise. Diese Lage hier ist völlig anders. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass hier Atomwaffen im Besitz von Kim Nordkorea eine ganz andere Funktion haben. Keine aggressive, sondern sie dienen aus seiner Sicht der Abschreckung. Dieser Diktator hat natürlich mit den Atomwaffen ein Mittel in der Hand und das sieht er hauptsächlich als eigene Machtabsicherung, dass keiner auf die Idee kommt, von außen in irgendeiner Form zu intervenieren. Das ist die neue Funktion und die schlimme Funktion von Atomwaffen in der Hand von Diktaturen wie bei Kim. Und das gilt natürlich auch, wenn Sie es mal international parallelisieren, also auch Demokratien wie Israel hat durch seine Atomwaffen natürlich auch die Hauptfunktion, diese Waffen, dass das Land dadurch gesichert wird, dass kein arabischer Staat wagt, Israel anzurufen. Also diese Defensivfunktion von Atomwaffen, hier natürlich unglücklicherweise bei Nordkorea, wo die Menschen sowieso geschunden werden, das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Und in dieser Situation nun macht Trump das, worauf Kim gewartet hat. Kim hat seit Jahrzehnten die Rüstung und die Atomrüstung damit begründet, dass der Satan USA Nordkorea unmittelbar bedroht. Und jetzt tut natürlich Trump ihm genau den Gefallen und er kann seiner Bevölkerung sagen, seht ihr, die Amerikaner bedrohen uns direkt und damit schweißt er Nordkorea und vor allem auch die Führung und natürlich auch die Bevölkerung wieder zusammen. Also eine größere Dummheit als diese Eskalation, die jetzt Trump rhetorisch vorführt, hätte es gar nicht geben können. Ist Trump dann hier sozusagen in eine Falle gegangen? Absolut, er ist ja dumm in diesen Dingen und in den meisten Dingen. Und da liegt natürlich, ich sage also, ich warne vor Alarmismus, aber es gibt natürlich genügend Grund zur Sorge. Sie sagten vorhin netterweise, es gibt hier einen unberechenbaren Machthaber in diesem Konflikt. Wir haben zwei. Und ich glaube, wer doch fast berechenbarer ist, ist Kim. Herr Kiesewetter, würden Sie da zustimmen? Sind das tatsächlich zwei Männer, die man sozusagen mit gleichem Maß messen kann? Also ich möchte das schon unterscheiden. Kim muss sich absichern, weil er sowohl gegenüber China Einflüsse verhindern will, also von China aus. Außerdem sieht er die Gefahr, dass Südkorea weiterhin ein attraktives Gesellschaftsmodell ist. Und er versucht durch Projektion nach außen Macht zu zeigen. Die USA haben sich provozieren lassen und es ist in einer äußerst misslichen Lage, wo wir eine Neuorientierung in der Weltpolitik haben und der für uns im Westen wesentliche Stützpfeiler unberechenbar wird. Und hier kommt es ganz arg darauf an, dass wir besonnen reagieren und dass wir die Rolle der Vereinten Nationen stärken und die mäßigenden Kräfte in den USA wie Tillerson, aber auch den Kongress. Das ist, glaube ich, die wesentliche Diplomatie, die jetzt gefragt ist. Und wenn Sie sich diese Akteure angucken, vor allen Dingen den US-Außenminister Rex Tillerson, aber auch, wie Sie sagen, die Akteure im Kongress, haben Sie da Vertrauen, dass das funktionieren könnte? Oder sind wir da auch gerade in einer misslichen Lage? Also zunächst einmal haben wir gesehen, dass der Kongress versucht, Trump einzuhegen, was die Sanktionen gegen Russland angeht, indem er Trump aufgefordert hat, sich sehr eng mit Europa abzustimmen. Das öffnet uns neue Perspektiven. Und zweitens funktionierte die Gewaltenteilung in den USA. Wir haben es gesehen, dass Gerichtsbeschlüsse bestimmte Vorhaben hinsichtlich der Ausweisung von Ausländern usw. aufgehoben haben. Trotzdem, Trump lernt nicht daraus, sondern er provoziert immer weiter und spielt hier mit dem Feuer. Und entscheidend ist doch, dass wir jetzt die regionalen Kräfte wie China, Südkorea, Australien, Japan an einen Tisch bringen müssen. Natürlich auch die USA. Und die Frage ist, wer soll das tun? China antwortet sehr moderat und übernimmt eigentlich die Rolle, die wir von den Vereinigten Staaten erwarten. Das ist ein Paradigmenwechsel. Das haben wir jetzt auch schon in Aussagen beim Welthandel gesehen. Da ist die Rhetorik Chinas viel moderater als das tatsächliche Handeln. Und die USA werden sicherlich einiges tun müssen, um Trump einzuhegen. Ich glaube aber nicht, dass es bis zum Impeachment geht, sondern wir müssen uns jetzt auf einige Jahre mit dieser Unberechenbarkeit auseinandersetzen, mit allen Gefahren, die durch die Rhetorik für den Weltfrieden entstehen. Und ich sehe hier die Rolle der Vereinten Nationen. Herr Ganser, auch Sie beschäftigen sich ja in Ihren Büchern, in Ihren Vorträgen immer wieder mit Machtpolitik, vor allen Dingen mit internationalen Konflikten. Können Sie uns erklären, warum handelt Kim Jong-un so, wie er handelt? Ich sehe es sehr ähnlich wie der Kollege Hacke, den ich persönlich nicht kenne. Guten Tag, Herr Hacke. Seien Sie Grüß. Aber ich denke auch, es ist ein Versuch, sich zu schützen. Das muss man schon auch verstehen, weil Kim natürlich beobachtet, dass die USA zum Beispiel Saddam Hussein im Irak 2003 angegriffen haben und ihn erhängt haben. Sie haben gesehen, dass die USA zusammen mit Frankreich und Grossbritannien 2011 Libyen angegriffen haben. Gaddafi ist tot. Das heisst, das sind ja keine theoretischen Kämpfe in der internationalen Politik, sondern das sind reale Kämpfe. Und ich denke, diese 30 Atombomben oder wie viele es auch sind, man findet keine verlässlichen Zahlen, aber gehen wir vielleicht von einer Zahl aus von 30 Atombomben und wir können das auch in der Runde diskutieren, die stellen ja im internationalen Arsenal nur einen kleinen Bruchteil dar. Also wir haben in etwa 16.000 Atombomben und von denen sind jetzt 30 Atombomben in Nordkorea, nimmt man an. Dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wo sind denn die anderen 15.970er? Dann ist ganz, ganz klar, wenn man hier die Daten anschaut, dass Russland über ein sehr grosses Arsenal verfügt und dass die USA über ein sehr grosses Areal verfügen. Russland etwa 8.000, USA etwa 7.000. Und das heisst, im Hintergrund sind immer diese Grossmächte, also Russland, China, USA. Und Nordkorea, denke ich, ist nur so ein vorgeschobener Spielplatz, wo sich jetzt eigentlich China und die USA die Interessen abstecken. Aber für mich sind die Atomwaffen von Nordkorea defensiv. Ich wünschte, sie hätten diese nicht, aber sie haben natürlich die amerikanische Außenpolitik beobachtet und denken, das ist die einzige Möglichkeit, sich überhaupt zu schützen. Wenn ich vielleicht noch anfügen kann, ich bin auch mit Herrn Kiesewetter durchaus einig, dass die UNO gestärkt werden muss oder die internationale Zusammenarbeit auf diesem Bereich. Aber hier zeigt ja gerade der Irakkrieg 2003, dass die Briten und Amerikaner auch ohne UNO-Mandat ein Land überfallen haben. Das ist natürlich in Nordkorea nicht vergessen gegangen. Und wir haben hier um 10.22 Uhr einen ersten Anruf. Ich begrüße Herrn Knebel aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Knebel. Ja, schönen guten Morgen. Bitte, was können Sie beitragen? Ja, grüße Sie. Also ich halte die These, die Ihre Gruppe da vertrete, für falsch. Ich habe diese Vorgänge im südchinesischen Meer mit der amerikanischen Flotte und der chinesischen Flotte beobachtet seit einiger Zeit und diesen Inselbau da. Aber ich halte das für einen Stellvertreterkrieg, wo auf der einen Seite die USA steht und auf der anderen Seite China hinter Nordkorea steht. Und diesen Mann, diesen jungen Mann dort an der Macht genau steuert, der weiß ganz genau, wenn er da zu weit geht, dann kriegt er seitens des großen Bruders China die drücken Knöpfe, dann ist da Ruhe. Also ich glaube nicht, dass das wirklich eine Auseinandersetzung zwischen Nordkorea und den USA ist. Sondern da ist also dieser junge Mann, der den Mund ein bisschen zu weit aufmacht und letztendlich ja auch ein Zwerg ist gegenüber den USA. Und Sie meinen, dass der von China sozusagen an der kurzen Leine gehalten wird? China macht also im Prinzip eine ganz elegante Diplomatie. Das ist eine seit langem aufsteigende Macht. Die hat innerhalb der letzten Jahre diesen großen Sprung und diesmal wirklich einen großen Sprung nach vorn gemacht. Und die chinesische Führung nervt total das Flottenengagement der USA in ihren, in Anführungsstrichen, Hoheitsgewässern. Und letztendlich wird es wahrscheinlich auf eine Auseinandersetzung langfristig zwischen China und den USA hinauslaufen. Ich halte Korea für einen Spielball wie auf einem Billardtisch. Wenn ich diese noch fragen darf, Herr Knebel, von was für einer Art von Auseinandersetzung gehen Sie da aus, die da auf uns zukommen wird oder auf die Region? Ja, wenn Sie das Flottenbauprogramm der Chinesen sehen, die sind dabei jetzt drei Flugzeugträger zu bauen. Das ist die erste Sache. Das heißt, so ein Flottenkommando besteht aus einem Flugzeugträger. Da sind Zerstörer und U-Boote dabei. Und ich nehme an, dass irgendwann mal ein chinesisches Schiff einen amerikanischen Kreuzer rammen wird. Und dann wird man sehen. Und zwar diese Auseinandersetzungen beginnen immer so, dass man sagen kann, naja, okay, die haben sich verfahren bei Nacht und Nebel. Das Radar ist ausgefahren und so weiter und so fort. Und letztendlich auf diese Art und Weise. Die Chinesen wollen die USA aus ihren angestammten Plätzen da heraus haben. Das ist ihr Bereich. Und darum versuchen Sie wirklich jetzt mit Nordkorea, mit dieser Führung da quasi die vorzuschicken und zu sehen, wie reagieren die Amerikaner, wenn sie so diese Nadel ansetzen. Sie reagieren, die Amerikaner, und Trump reagiert optimal. Das kann man gar nicht anders. Vielen Dank, Herr Knebel. Und Sie sagen, Trump reagiert optimal im Sinne der Chinesen. Ja, genau. Vielen Dank, Herr Knebel, für diese Ansicht. Ich gebe das direkt mal hier in die Runde. Das Ganze also eher ein Stellvertreterkrieg. Und zwar zwischen den USA und China und Nordkorea eher so eine Art Statistenrolle. Herr Kiesewetter, was sagen Sie dazu? Also zunächst mal hat China ja ganz starke Interessen in der Region. Und es gibt eine Neuordnung des chinesischen Auftretens. Sie sind einerseits sehr stark in der UNO engagiert, sehr geräuschlos, mit sehr viel Marine. Und sie weiten ihre Interessenssphäre aus. Und die Vereinigten Staaten von Amerika versuchen im Pazifik freie Handelswege und eine enge Abstimmung mit ihren Bündnispartnern Japan, Südkorea und Australien zu erreichen. Und hier spielt natürlich das gegenwärtige Vorgehen China völlig in die Hände. Da kann ich Herrn Knebel nur recht geben. Der Punkt ist eben, dass wir internationale Institutionen stärken müssen und das internationale Recht. Und ich komme wieder darauf zurück. Wir müssen die Vereinten Nationen in dem Zusammenhang stärken. Denn ansonsten haben wir eine Rückkehr, die sowieso schon da ist, der Geopolitik, die dann auch zu einer Machtpolitik wird und zu Provokationen führt. Also hier müssen wir in den nächsten Jahren sehr rasch zu Lösungen kommen. Entscheidend ist aber, dass Nordkorea seit 2002 Atomwaffen, internationale Atomabkommen zerstört, nicht einhält, Kameras abbaute, internationalen Atomenergieeinrichtungen und so weiter. Also wir müssen schon auch die Verursacher benennen, dass sich Nordkorea in den letzten Jahren nicht an die internationalen Regeln gehalten hat. China ist Nutznießer und die USA gehen in der gegenwärtigen Führung den Chinesen und Nordkorea auf den Leim. Herr Ganser, haben wir irgendeine Möglichkeit, auf die Chinesen da einzuwirken? Also ich würde erstmal mit der, ich schätze ja ein Kiesewetter sehr, aber hier würde ich doch ein paar Fragezeichen setzen. Auch der Vorredner hat darüber gesprochen, dass hier nun sozusagen China Nordkorea steuert und damit die große Auseinandersetzung zwischen USA und China im Vordergrund steht. Ich halte das für sehr problematisch. Wenn das so wäre, ja, dass China mehr Einfluss hätte auf Nordkorea, dann würde sich Nordkorea weitaus mäßigender verhalten. Das tut es nicht. Also wir haben hier das alte Phänomen, was in der Realpolitik immer wieder deutlich wird, der Schwanz wackelt mit dem Hund. Das heißt, Nordkorea hält sich überhaupt nicht daran. Erstmal, was die internationale Gemeinschaft meint, aber auch nicht, was sein engster Verbündeter, die Volksrepublik China sagt. Das ist doch das entscheidende Problem. Ich will gar nicht außer Frage stellen, dass hier natürlich machtpolitische Realitäten, geostrategische Rivalitäten sind, im südchinesischen Meer, vieles andere mehr. Aber hier nun eine enge Verbindung zu knüpfen, als ob Nordkorea sozusagen der Hund an der Leine der Chinesen ist, halte ich geradezu für aberwitzig. Ich sehe es genau umgekehrt. Herr Knebel, dann präzisieren Sie es noch einmal. Es ist ja eine Frage der Politik. Wie weit lasse ich den Hund wirklich von der Leine? Nee, das heißt, halte ich ihn so kurz, dass er nur bellt, oder gebe ich ihm Prinzip Leine und dass er so kurz vor dem Gegner quasi von der Leine gehalten wird und aber schon die Zähne fletscht? Das kann ich nicht beurteilen. Also ich bin kein Politiker. Aber die Sache läuft doch nach einem Regiebuch ab dort. Und die Chinesen sind in drei oder fünf Jahren so weit, dass sie den Amerikanern in ihren Meeren dort Paroli bieten können. Und dann werden wir uns wundern, was dann da passiert. Also ich bin nach wie vor der Meinung, eine solche Situation entsteht nicht durch Zufall, dass man jetzt genau austesten kann, wie Amerikaner auf eine Aggression derart reagieren. Herr Klebe, dann sage ich Ihnen vielmals, Herr Hacke, wir müssen leider kurz rausgehen für unsere Nachrichten. Die folgen hier in 30 Sekunden. Aber Herr Hacke, Herr Ganser und auch Herr Kiesewetter, wir sprechen danach gleich weiter, sicher auch über die Rolle Chinas. Wir hören uns wieder, 10.35 Uhr in fünf Minuten, hier bei Controvers. Der Streit um Nordkorea, wer ist schuld an der Eskalation? Das ist das Thema heute Morgen hier in Controvers noch bis 11.30 Uhr. Und wir diskutieren mit Daniele Ganser, dem Publizisten und Historiker, mit dem Bonner Politikwissenschaftler Christian Hacke und Roderich Kiesewetter, der CDU-Außenpolitiker, ist mit dabei. Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, haben weiterhin die Möglichkeit, uns hier anzurufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Das ist die 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine E-Mail an kontrovers-at-deutschlandfunk.de. Und das hat unter anderem Gottfried Schmidt gemacht. Er hat sich über Facebook gemeldet. Die USA, schreibt er, haben bereits zwei Atombomben auf Asien geworfen. Nun drohen sie mit der dritten Bombe auf Asien. Diesmal auf Nordkorea. Es soll zerbombt werden und so weiter und so weiter. Eine unendliche Geschichte. Johannes Biedermann hat uns geschrieben. Der Westen hat geschlafen, meint er. Man hätte den Irren in Nordkorea nie so weit kommen lassen dürfen und hätte viel früher eingreifen müssen. Wir machen immer wieder den gleichen Fehler und versuchen mit Appeasement, also Vogelstrauß-Politik, Probleme zu lösen. Der gleiche Fehler wird übrigens im Iran gemacht. Und die Geschichte hat oft genug gezeigt, dass Appeasement ins Verderben führt. Christoph Bartel meint, Ich denke, jeder amerikanische Präsident braucht seinen Krieg, mit dem er in die Geschichte eingehen kann. Eine Mail von Ursula Kottjur hat uns erreicht. Wann wird die Europäische Union mit einer Stimme sprechen? Die Trumpsche Kriegstreiberei benennen, klar verurteilen und zurückweisen? Oder bleibt es bei den lauwarmen Mahnungen zur Zurückhaltung? Seine Brutalo-Rhetorik führte zu immer weiter ansteigender Eskalation von Gewalt in den USA und weltweit. Wer stoppt ihn endlich? Und dann noch diese E-Mail von Evelyn Henssler. Es ist die Frage, wer die Kontrahenten in ihrem gefährlichen Imponiergehabe von den Bäumen holen kann, ohne dass sie aus Angst vor einem vermeintlichen Gesichtsverlust den Konflikt gar noch verschärfen. Ich hoffe hier auf die Diplomatie Chinas, das auch zugleich viel Gespür für eine Angst vor Gesichtsverlust hat. Soweit also die E-Mail von Evelyn Henssler. Und da sind wir beim Thema China. Da haben wir gerade vor den Nachrichten aufgehört. Christian Hacke, wir hatten den Anrufer, Herrn Knebel, der auf die Rolle Chinas, auf die richtige Rolle Chinas hingewiesen hat, sogar gesagt hat, es handelt sich hier eigentlich um einen Stellvertreterkrieg. In Nordkorea eigentlich viel weniger wichtig. Wir müssen uns viel stärker auf China konzentrieren. Was halten Sie davon? Also ich finde es richtig, dass wir uns stärker auf China konzentrieren. Aber bei allem Respekt, ich sehe hier keine Anzeichen eines Stellvertreterkrieges, sondern umgekehrt, meine These lautet, dass die Rolle der Chinesen hier eine mäßigende ist. Und ich wünschte, dass China in dem Sinne sehr viel mehr Einfluss auf Nordkorea hätte und es hat ja auch dazu beigetragen, dass diese UNO-Resolution verabschiedet wurde, in der nun das nordkoreanische Verhalten kritisiert wurde. Nein, das sehe ich nicht. Wir müssen hier klar sehen, es gibt diese Großmachtrivalität zwischen den USA und China und das kann sich innerhalb der nächsten Jahre und Jahrzehnte weiterentwickeln. Aber bisher zum Glück sind beide Länder auch noch miteinander so verflochten, dass hier, sagen wir mal, nicht Eindämmung im Vordergrund ist, sondern eine gewisse konfliktgeladene Zusammenarbeit in vielen Bereichen. Und das müsste auch so bleiben und vor allem mit Blick auf Nordkorea. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, es gibt noch Südkorea. Und Südkorea ist genauso erschrocken über die Rhetorik von Trump, wie es natürlich seit Jahrzehnten jetzt vom Norden die Rhetorik von Kim Il-sung, oder Kim heißt jetzt ja, der Junge heißt ja anders, also gefürchtet hat und weiterhin fürchtet. Hier sehen wir eine andere Konfliktlinie, nämlich zwischen den USA und Südkorea. Die Südkoreaner wollen durch Diplomatie, durch Beschwichtigung im positiven Sinne auf der Halbinsel die Dinge verbessern, ähnlich, sagen wir mal, wie früher bei uns Entspannungspolitik. Und da haben wir eine Parallele zwischen Trump, Südkorea und Trump, Europa, NATO. Nämlich er fuhr werkt rum, spricht blind davon, dass eben die Amerikaner allein die Lasten tragen, Südkorea eben auch mehr zahlen sollte an die USA, wie eben hier auch mit NATO. Also es gibt die inneren Konfliktlinien, die man auch nicht vergessen darf. Jetzt haben Sie wieder Herrn Trump erwähnt. Daniele Ganser, ist das tatsächlich so, dass wir uns in diesem Konflikt, so wie er jetzt gerade läuft, Trump, China, Trump, Nordkorea, Trump, Südkorea, vor allen Dingen auf Trumps Persönlichkeit stützen müssen? Oder liegt da vielmehr ein Fehler, der viel weiter zurückreicht als die Präsidentschaft von Donald Trump, der möglicherweise in der US-Außenpolitik belegt ist? Also meiner Meinung nach treibt Trump einfach die Sache auf die Spitze, sodass man das wirklich sieht, offensichtlich sieht. Aber eigentlich, wenn man die letzten 70 Jahre anschaut und sich mit dem US-Imperialismus beschäftigt, dann sieht man natürlich, dass es überhaupt jetzt nicht nur mit Trump begonnen hat, sondern wenn wir Obama nehmen und fragen, wie viele Länder hat dann Obama 2016 bombardiert? Dann ist die Antwort, er hat sieben Länder bombardiert. Wenn man sich jetzt fragt, ob man diese Länder aufzählen kann, die meisten Menschen können sie nicht aufzählen, aber er hat Pakistan bombardiert, er hat Afghanistan bombardiert, er hat Syrien bombardiert, er hat den Irak bombardiert, er hat Jemen bombardiert, er hat Somalien bombardiert, er hat Libyen bombardiert. Und das sehen natürlich die anderen Länder, die wissen, die USA sind das mächtigste Land der Welt. Sie haben zehn Flugzeugträger, die Chinesen, das wurde von einem Hörer gesagt, bauen jetzt Flugzeugträger, aber sie haben vielleicht einen einsatzfähigen, wollen vielleicht dann drei haben etc. Aber die USA sind das Imperium unserer Zeit und sie gehen rücksichtslos vor. Das heisst, sie nehmen einfach ihre Interessen wahr. Und wir haben über den Einfluss von China auf Nordkorea gesprochen und den können wir spiegeln mit dem Einfluss der USA auf Südkorea. Und da bin ich eigentlich der Meinung, dass sowohl China Nordkorea nicht direkt zu 100% steuern kann und die USA können Südkorea nicht direkt und zu 100% steuern, sondern da sind bis zu einem Grad kleinere Länder, also kleinere Länder eben wie die Schweiz, ich bin ja hier in der Schweiz, und die kleineren Länder haben schon auch einen eigenen Willen. Und die kleineren Länder erinnern sich auch an ihre Geschichte. Und wenn man ein bisschen die nordkoreanische Beschwerdenliste anschaut, ja, gegen die USA, dann sagen wir, das sind alles Idioten, aber wenn man genau hinschaut und sagt, okay, was sind denn eure Grievances, also eure Sorgen, dann sagen die Nordkoreaner, die USA haben in den 50er Jahren biologische Waffen gegen uns eingesetzt. Die haben Insekten abgeworfen, vergiftete Insekten, die haben Krankheiten ausgelöst. Die Amerikaner haben das immer abgestritten, haben ja nie gemacht etc. und das ist nicht wahr. Und natürlich ist in Asien auch in Erinnerung, dass die Amerikaner auf Japan zwei Atombomben abgeworfen haben, Little Boy und Fat Man. Das heißt, wenn man aus asiatischer Perspektive blickt, kann man diese Angst vor den USA durchaus verstehen. Herr Kiesewetter, was sagen Sie dazu? Also mir ist das ein bisschen arg verschwörungstheoretisch gegen die USA und es bringt auch nichts, das jetzt mit Russland aufzurechnen und Georgien, Estland, Ukraine, Krim, die Unterstützung Haftas oder auch die Bombardierungen in Syrien anzusprechen. Viel wichtiger ist es doch, dass wir überlegen, wie wir den Weltfrieden bewahren können. Ich glaube, dass hier auch durch die Medien zum Teil ein gewisser Alarmismus entstanden ist. Da bin ich ganz bei Professor Hacke. Nicht Alarmismus in Richtung, dass das überzeichnet wird, was gezeigt wird, sondern wir müssen die Dinge einordnen. Nordkorea hat insgesamt sechs Atomtests durchgeführt, davon unter dem neuen Führer Kim Jong-un seit 2011 drei Stück oder fünf Atomtests und drei, seitdem er an der Macht ist und das in einer zunehmenden Frequenz. Und Nordkorea hat internationale Abkommen gebrochen. Ziel müsste sein, ein vergleichbares Abkommen mit Nordkorea zu erreichen. Wie wir es mit dem Iran haben. Gleichwohl der Iran heute auch nah an der nuklearen Bewaffnung ist und jetzt erst mal zehn, zwölf Jahre Zeit gewonnen hat. Aber wir müssen doch versuchen, die Dinge zu verrechtlichen. Und das Schwierige ist im Moment, und dazu müssen wir als Europäer, das teile ich, mit einer Stimme sprechen, hinsichtlich der USA, dass die USA all das, was sie in den letzten Jahren auch dank Obama aufgebaut haben, an internationalen diplomatischer Aufgeschlossenheit, dass sie das innerhalb weniger Monate, seit Trump an der Spitze ist, verspielen, zu verspielen drohen und schon verspielt haben. Und das ist eigentlich ein Weckruf an uns Europäer, denn uns muss auch daran gelegen sein, dass die Handelswege zwischen Südkorea und Japan, dass die nicht durch nukleare Raketen etc. bedroht sind. Das heißt, wir brauchen ein internationales Regime in dieser Richtung, gestärkt durch die Vereinten Nationen. Herr Kiesewetter, und wenn wir da mal einen Schritt zurücktreten, müssen wir nicht einfach festhalten, für viele Länder auf dieser Welt ist eine Atomwaffe zurzeit die einzige Versicherung, dass sie nicht von den USA angegriffen werden oder bedroht werden? Das teile ich so nicht, weil Israel gewiss nicht von den USA angegriffen wird und trotzdem eine nicht erklärte Atommacht ist. Leider haben wir eine Renaissance des Nuklearen. Wir haben es erlebt, in Pakistan, selbst Saudi-Arabien hat in der Hochzeit der Diskussion um die nukleare Bewaffnung des Iran, Verhandlungen mit Pakistan geführt, um sich über den Kauf einer pakistanischen Nuklearwaffe abzusichern. Das heißt also, die Rückkehr der nuklearen Debatte ist ja das Fatale und Trump hat das ja kurze Zeit im letzten Jahr auch beflügelt, indem er deutlich machte, dass der nukleare Schutzschirm womöglich in Frage zu stellen ist. Das hat er glücklicherweise wieder klargestellt und wir hätten europäisch da keine Lösung gefunden. Sie erinnern sich an die Debatte. Deshalb halte ich es für so wichtig, dass wir wieder die internationalen Bemühungen um eine Ächtung, um den Atomwaffensperrvertrag und so weiter vorantreiben und dass die Länder besonders aufgewertet werden, die sich in dieser Richtung verhalten. Gleichwohl gibt es Länder mit besonderem Schutzinteresse. Dazu gehört nun mal Israel aufgrund der Lage zwischen Sunniten und Schiiten in der Region, wo man es nachvollziehen kann, dass sie einen nuklearen Schutz haben. Und auch wir Deutschen legen ja Wert auf die nukleare Teilhabe. Nicht umsonst sind in Deutschland, so wie man sagt, ja auch US-Nuklearwaffen stationiert. Darf ich da einhängen? Herr Ganser, bitte. Ich bin mit dem Herrn Kiesewetter auf jeden Fall einig, dass wir Richtung Frieden arbeiten müssen. Ich bin mit ihm auch einig, dass man es verrechtlichen muss. Es gibt ja auch diese Bewegung Global Zero, das ist die nukleare Totalabrüstung, dass also diese 16.000 Atomwommen, die wir auf der Welt haben, auf null gesenkt werden. Das würde ich einfach als Ziel, finde ich das wunderbar. Nur der von Herrn Kiesewetter angesprochene Atomwaffensperrvertrag wurde ja erst 1968 unterzeichnet. Und was wichtig zu sehen ist, er verbietet sozusagen, dass die Länder, die ihn unterzeichnen, Atomwaffen erwerben. Nur, als dieser Vertrag unterzeichnet wurde, und das muss man ja historisch einordnen, da hatten eben die UNO-Veto-Mächte, das heißt die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien, eben diese fünf mächtigsten Länder der Welt, hatten ihre Atombombe schon. Und wenn ich jetzt das vergleiche mit einer Schule, wenn wir sagen eine Schule mit 200 Schülern, wir haben etwa 200 Länder auf der Welt, da haben also fünf Schüler, haben schon ein Smartphone. Und dann erfinden sie den Smartphone-Verbotsvertrag und sagen, alle anderen Schüler dürfen jetzt ab jetzt kein Smartphone mehr kaufen. Dann wäre sofort klar, dass die anderen das als sehr ungerecht empfinden würden, die anderen 195. Und wenn man den Vertrag genau liest, und ich weiß auch, dass der Herr Kiesewetter den Vertrag sicher gut kennt, dann steht ja auch drin, dass diese fünf, die die Atombombe schon haben, sich zur vollständigen Abrüstung verpflichtet. Und natürlich, das haben sie nicht gemacht. Auf der anderen Seite bin ich mit Herrn Kiesewetter einig, dass es schade ist, dass Nordkorea sozusagen aus diesem Vertrag ausgestiegen ist, weil so natürlich dieses ganze Vertragswerk immer mehr bröckelt, auch Israel. Ich sehe nicht so stark, warum man da eine so große Ausnahme macht. Es ist auch sehr schade, dass Israel sich mit Atomwaffen bewaffnet, weil umso mehr Länder, Pakistan zum Beispiel, Indien zum Beispiel, jetzt sind es neun Länder, die offiziell Atomwaffen haben, umso schwieriger wird es zu kontrollieren. Und da kommen wir in eine nächste Dimension, wo wir sehen, wenn nicht staatliche Akteure je irgendwann Atomwaffen sozusagen unter ihre Kontrolle bekommen sollten, also Stichwort Terrorismus, dann funktioniert die nukleare Abschreckung nicht, weil die nur dann funktioniert, wenn zu einer Atombombe auch eine Anschrift, also Moskau oder Washington passt. Herr Ganser, ich möchte an dieser Stelle gern Herrn Mittau in die Sendung holen. Er wartet schon seit einigen Minuten in der Leitung. Herr Mittau aus Erkrad bei Düsseldorf. Guten Morgen, Herr Mittau. Bitte, was ist Ihr Punkt? Guten Morgen in die Runde. Ich möchte zuerst dem Schweizer Journalisten voll in seiner Argumentation recht geben. Es ist der einzige unter diesem Herrn, der Fakten benennt. Alle anderen, und das muss ich mal so deutlich sagen, reden die Sprache dessen, was letztendlich nicht mehr nachvollziehbar ist. Das ist sehr traurig. Ich komme aus der sogenannten DDR. Mein Vater hat fünf Jahre gesessen. Ich weiß, was Kommunismus ist. Ich habe auch gehört, dass die Waffen, die Nordkorea letztendlich bekommt, die Raketen, zu 95 Prozent von Russland geliefert werden. Das weiß der Westen. Darüber wird nur nicht groß gesprochen. Ganz davon nicht gesehen. Und da gebe ich dem Journalisten wirklich recht. Wie sich die USA in den letzten Jahrzehnten verhalten haben, haben diese Länder, das möchte ich für die ganze Welt sagen, die in den USA, die haben wirklich eine Politik aufgebaut, die auf Aggression beruht. Und ihre Macht nutzen sie schamlos aus. Sie kennen kein Recht mehr. Sie kennen nur noch das Recht der Macht. Und das ist nicht das Recht der normalen Bürger, die sich mit ihren Kriterien, mit ihren Sorgen letztendlich gegenüber der Regierung etablieren wollen und die USA bestimmen, welche Politik hier weltweit vollzogen werden soll. Und nicht nur soll, sondern muss. Und da muss ich auch diesem Journalisten wieder voll Recht geben, was diese Herrschaften bezüglich des Irak geleistet haben. Mit Lügen haben sie sich in diesen Krieg gebombt, haben hunderttausende Menschen letztendlich Millionen zur Flucht getrieben, die wir heute aufnehmen müssen. Das Gleiche passiert in Libyen. Libyen war der sozialste Staat in ganz Afrika. Das weiß man. Herr Mittau, ich glaube, wir haben Ihren Punkt verstanden. Das ist eine deutliche Kritik an den USA. Ich gebe das mal weiter an Herrn Hacke, den Politikwissenschaftler. Ist das korrekt so, Herr Hacke, oder ist das ein Schritt zu weit? Also wissen Sie, es geht hier nie um richtig oder falsch, sondern es sind Einschätzungen. Und es wäre anmaßen, wenn ich jetzt sagen würde, er hat in allem Unrecht. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir seit den vergangenen, also eigentlich seit 9-11 natürlich, eine Entwicklung in der westlichen Politik der sogenannten humanitären Interventionen finden, wo wir meinen, dass wir überall das Glück der Demokratie verteilen müssen. Und das natürlich eben auch mit militärischen Mitteln. Afghanistan war nach 9-11 zu verstehen, aber irgendwo zwischen Kabul und Bagdad sind die Amerikaner vom Kurs abgekommen. Ganz klar, das war ein Angriffskrieg auf den Irak. Und damit beginnt eigentlich nicht mehr die verstärkte Macht, sondern der Niedergang der Macht der USA. Das heißt aber, Herr Hacke, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, davor war alles gut. Oder wenn wir auf Südamerika in den 70er oder 80er Jahren blicken. Wir können nicht in zwei Minuten jetzt die amerikanische Politik abhandeln, dass gerade mit Blick auf Lateinamerika die Amerikaner auch stark ihre eigenen Interessen durchgesetzt haben. Ich habe das immer verglichen. Die Russen, die Sowjets haben eine Politik der direkten militärischen Interventionen und der Unterdrückung betrieben. Die Amerikaner haben viel geschmeidiger und auch mit Zustimmung vieler sozusagen die indirekte Durchdringung durch ihre wirtschaftliche Überlegenheit gerade in Lateinamerika gemacht und da natürlich auch Diktaturen gestützt. Da ging ihnen, wie Roosevelt sagte, he's a son of a bitch, wenn er über lateinamerikanische Diktaturen sprach. Aber he's our son of a bitch. Also das war Realismus in der schlimmsten Form. Aber internationale Politik ist eben kein Mädchenpensionat. Und deshalb bitte ich auch dazu berücksichtigen, dass wir hier nicht alleine mit Moralien die Welt verändern können, weder zum Guten hin, noch dass wir sagen, moralisch uns über die USA stellen zu müssen. Wir sollen ganz bescheiden sein, als Europäer und auch als Deutsche. Und die Europäer haben mit dieser humanitären Intervention ja auch ihren Teil dazu beigetragen, Stichwort Libyen. Und jetzt sitzen wir da mit großen Augen und sehen, dass uns damit der ganze Westen eigentlich zunehmend Probleme, wir uns selbst eingehandelt haben. Das ist das Schlimmste. Wir haben die Situation, in der der Westen sich befindet, Stichwort Niedergang, Stichwort Flüchtlingskrise, wir haben uns das alles selbst eingebrockt. Das ist die bittere Pille. So, und daraus nun resultiert für mich die Schlussfolgerung, dass wir sagen sollen, weniger Moralien und meinetwegen Diktaturen bombardieren, sondern wir müssen uns realistisch damit abfinden, dass es Platz gibt und leider auch Platz geben muss für Diktaturen wie Kim Il-sung, solange er nicht nach außen aggressiv ist. Wir finden das nicht gut im Inneren, wie es ist. Aber unsere Einwirkungsmöglichkeiten sind begrenzt. Wir sollten bescheidener sein und auf unsere eigenen Länder gucken und hier sehen, was bei uns nicht in Ordnung ist. Und natürlich sind vieles, was gesagt wird, eben auch die UNO stärken. Das ist Placebo, das ist Handauflegen. Die UNO hat in den vergangenen Jahrzehnten natürlich wegen der Missstimmung und Widersprüchlichkeiten sicher im ständigen Rat nie zu einer einigen Meinung kommen können. Auch mit dem Iran bitte ich darum, ganz vorsichtig. Und der Vergleich Nordkorea-Iran hinkt völlig. Nordkorea hat die Waffen und wird nicht darauf verzichten. Und der Iran, das ist eine Situation, der steht davor. Da konnte man noch erst mal was tun und Zeit gewinnen. Herr Hacke, ich will kurz auf die Uhr blicken, gleich 5 vor 11. Und wir haben noch eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Krebs aus Berlin, die auch schon einige Minuten wartet. Guten Morgen, Frau Krebs. Ja, schönen guten Morgen. Bitte, was können Sie heute Morgen beitragen? Also, ich würde mal den Satz aufgreifen, es muss Platz geben für Diktaturen wie Kim Jong-un. Ich empfinde insbesondere die Hörerstimmen, aber auch teilweise die Stimmen ihrer Gesprächspartner als verharmlosend gegenüber Nordkorea. Das, finde ich, muss man mal festhalten. Das ist seit Jahrzehnten eine finsterste, brutalste Diktatur. Die kümmert sich im Dreck um ihre Bevölkerung. Die Aufrechterhaltung des Amnil-Apparates und des Atomprogramms, das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Zugestimmt, liebe Frau, aber wie wollen Sie es ändern? Herr Hacke, einen Moment. Wir können doch nicht so tun, als ginge uns das nichts an. Jetzt glaube ich, dass eine militärische Drohung gegen Nordkorea da völlig kontraproduktiv ist. Aber ich möchte gern festhalten, dass ich nicht finde, dass man das nordkoreanische System und die USA auf eine Stufe stellen kann. Also bei allem, was hier historisch beschrieben wird, bei allem, wie die USA, wenn sie so wollen, außenpolitisch Fehler gemacht hat, höre ich in dieser Sendung, insbesondere in den Hörerstimmen, eine Art von Anti-Amerikanismus, wo ich alle Kritik an Präsident Trump berechtigt finde, der weit über das Ziel hinaus schießt. Also wir haben es da schon mit zwei sehr unterschiedlichen Systemen zu tun. Das würde ich gerne festhalten. Und mir fällt auf, dass dieser Anti-Amerikanismus, der ja auch gar nicht neu ist in Deutschland, ganz oft einhergeht mit so einem ziemlich großen Verständnis für Russland und China, also für andere Diktaturen. Das ist nicht meine Position. Meine Position wäre, die USA müssen sich im Ton mäßigen. Nordkorea müsste sich, tut es bis jetzt nicht, an den Atomwaffensperrvertrag halten und sollte sich statt horrender Militärausgaben um das Wohlergehen seiner Bevölkerung kümmern. Und da kann ich Ihnen sagen, das ist dem so egal, dass es einem gruselt. Prima. Danke, Frau Krebs. Das gebe ich weiter zunächst an Herrn Kiesewetter. Vorwurf, Anti-Amerikanismus erlebt hier durch diese ganze Debatte eine sozusagen eine neue Welle, Renaissance. Stimmen Sie dem zu? Ja, also ich kann Frau Krebs in Teilen schon zustimmen, denn was jetzt gerade ja auch diskutiert wird, auch gerade von einem der Gesprächspartner eingebracht wurde, wir können ja nicht den ganzen Weltfrieden von den USA abhängig machen und einseitig dann sagen, würden die USA sich nicht einmischen, dann wäre der Weltfrieden. Denn umgekehrt, der Umkehrschluss passt ja auch nicht, dann hätten ja alle anderen Mächte die Neigung zu friedlichen Mitteln und das stimmt nicht. Und insofern sind wir Deutschen über Jahrzehnte mit der Westbindung und der engen Anlehnung an die USA sehr gut gefahren. Unser Land ist langsam wach geworden, hat letztes Jahr erstmals eigene Interessen formuliert. Das war historisch nicht groß aufgefallen im eigenen Weißbuch. Sieben Interessen, die formuliert wurden. Wir Europäer müssen erwachsener werden und unsere Interessen im unmittelbaren Umfeld wahrnehmen, Stabilisierung der europäischen Nachbarschaft. Und da geht uns natürlich schon an, wo sind Nuklearmächte und wie gehen die Nuklearmächte miteinander um. Und Nordkorea ist eine finstere Diktatur, aber die Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Wir werden sie nicht ändern und wir sollten gerade als Europäer von Regime-Change absehen, es sei denn, er kommt aus den eigenen Reihen. Und da passt ganz gut die Meldung, die gerade reinkommt, dass China einen Importstopp verhängt hat für nordkoreanischen Stahl und nordkoreanische Meeresfrüchte. Das sind die Sanktionen, die gebraucht werden. Und hier sollten wir auch Südkorea unterstützen mit Blick auf die enge Nachbarschaft, dass man also schaut, dass Südkorea all das hat, was es bekommt auf Handelswegen und auch auf diplomatischem Wege. Und ich sehe hier schon die Notwendigkeit, dass wir die Vereinten Nationen stärken. Das ist doch ein Weckruf, Professor Hacke. Und die Blauäugigkeit, die wir uns über Jahrzehnte geleistet haben mit den Vereinten Nationen, die ist in dieser Gleichzeitigkeit von Krisen nicht mehr aufrecht zu erhalten. Und deshalb werden wir alles tun müssen, Europa als einen verlängerten Arm der Vereinten Nationen so stark zu machen, dass wir zumindest unsere Interessen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft wahrnehmen können. Und China ist der Gewinner dieser ganzen Lage. Es kann weiterhin seine Interessen durchsetzen. Die Amerikaner sind an einem Wendepunkt durch die Art und Weise, wie Trump vorgeht. Und das muss uns Europäer viel mehr besorgen als die Kritik an den USA. Herr Ganser, sind Sie ein Verharmloser? Nein, natürlich nicht. Ich sehe natürlich die Probleme in Nordkorea auf jeden Fall. Aber man muss schon sehen, dass eigentlich die Nordkoreaner wenig andere Länder bombardiert haben in den letzten Jahren. Das muss man einfach sehen. Und ich bin mit Herrn Kiesewetter durchaus einig, dass es richtig ist und wichtig ist, das internationale Recht zu stärken. Auch Herr Hacke ist ja dieser Meinung. Nur, wer bricht denn das internationale Recht da? Und also, wie war es denn 2003? Es war ein Angriffskrieg. Es war illegal, Busch und Blersen, Kriegsverbrecher. Aber es gibt keine Sanktionen auf unserer Seite. Herr Ganser, darüber reden wir gleich weiter nach den 11 Uhr Nachrichten. Und ich bin mir sicher, wir kommen auch noch auf den ein oder anderen Punkt, den uns Frau Krebs aus Berlin da geschildert hat. Jetzt also erstmal Nachrichten. Wir hören uns dann wieder hier in Kontrovers in 5 Minuten, 5 nach 11. Und das Thema hier in Kontrovers noch bis halb 12, 11.30 Uhr. Streit um Nordkorea. Wer ist schuld an der Eskalation? Mit diskutieren Christian Hacke, der Bonner Politikwissenschaftler, Roderich Kiesewetter, CDU-Außenpolitiker und der Publizist und Historiker Daniele Ganser. Sie können sich weiter hier bei uns melden auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine E-Mail an kontrovers-at-deutschlandfunk.de. Und da haben wir unter anderem eine E-Mail bekommen von Peter Müller, der schreibt, das Problem sind die Kernwaffen. Die UNO-Vollversammlung hat mit 122 Ländern ein Atomwaffenverbot gefordert. Die Nuklearstaaten und die NATO-Länder haben diese Verhandlungen boykottiert. Auch die Bundesregierung lässt die US-Atomwaffen mit den Bundeswehrpiloten auf dem Flieger Horst Büchel üben, statt ihren Abzug zu verlangen. Dann schreibt uns Josef Karl Schneider, die UNO ist die einzige Institution, die hier einen echten und dauerhaften Friedensprozess erreichen kann. Die Weltgemeinschaft muss also fordern, dass die UNO zum alleinigen Moderator der Großmächte wird, insbesondere zur Kontrolle der Atommächte, ob erklärt oder nicht. Und dann haben wir noch diese E-Mail von Margarete Reuter. Sie schreibt, die Menschen leiden in Korea wie in keinem anderen Land der Welt. Fast alle hungern, auch die Soldaten, viele verhungern und die ganze Welt schaut seit Jahren einfach zu. Ich frage mich, wie kann man den Weltfrieden bewahren und gleichzeitig diesem schrecklichen Diktator das Handwerk legen, schreibt also Margarete Reuter. Wir hatten hier kurz vor den Nachrichten einen Anruf von Frau Krebs aus Berlin, die uns viele Impulse gegeben hat. Unter anderem hat sie unseren Hörern und auch vielen, die sich hier gemeldet haben, auch einigen Mitdiskutanten den Vorwurf der Verharmlosung gemacht. Und da war vor allen Dingen ein Satz von Professor Hacke aus der letzten halben Stunde, der hier gesagt hat, es muss auch in dieser Welt einen Platz geben für ein Land wie Nordkorea. Herr Hacke, können Sie das vielleicht ein bisschen präzisieren? Ja, damit habe ich natürlich nicht gemeint, dass das alles toll ist. Ganz im Gegenteil. Ich habe nur gesagt, die Welt ist pluraler und unangenehmer, als wir uns vorstellen. Und da müssen wir natürlich sehr viel vorsichtiger sein, was zu machen ist dort. Und lassen Sie mich das mal ergänzen. Das Wichtige bei diesen Äußerungen, gerade eben, die Sie vorgelesen haben, ist, auf zwei Punkte kommt es darauf an, wenn wir uns mit Nordkorea beschäftigen. Das ist einmal das Problem der Kernwaffen, was am Anfang eine Dame gesagt hat. Und zum Schluss Frau Reuter sagt, natürlich zu Recht, das kann ich nur unterschreiben, die Menschen dürfen uns nicht egal bleiben in Nordkorea. So, und was ist zu tun? Was ist zu tun nun? Ich glaube, dass wir uns weniger auf das Problem der Kernwaffen konzentrieren. Lassen Sie mich das ganz knallhart sagen. Ich sehe keinen Weg, dass Kim in irgendeiner Form in Zukunft auf Nuklearwaffen verzichten wird. Das ist unumgänglich. Das ist seine Garantie, dass er die Macht behält und dass keiner von außen eingreift. Das ist bitter. Aber so ist es. Das Zweite ist natürlich dann die Frage, was können wir tun? Also müssten wir uns konzentrieren auf das System. Und nun gibt es zwei Dinge, die müssen wir unterscheiden. Einerseits haben wir jetzt große Rhetorik der Konfrontation, mehr Sanktionen, Raketenabwehrsysteme Südamerika. Viel wichtiger ist natürlich, dass jetzt in der Geheimdiplomatie was passiert. Es muss ausgelotet werden. Und das haben die Amerikaner übrigens in ihrer Politik gegenüber Nordkorea in den letzten 20 Jahren auch getan. Leider mit minimalem Erfolg. Was kann humanitär getan werden mit Blick auf Nordkorea? Und das ist natürlich enorm schwierig. Und da muss man in einen Prozess kommen der Geheimdiplomatie, dass man Kim sagt, also man kann ihm nicht mehr die Atomwaffen abluchsen, aber man kann ihm sagen, hören Sie, es gibt diese und diese Möglichkeiten, wenn Sie das Land hier und dort den Griff lockern oder wenn Sie die Möglichkeiten erhöhen für in Teilweise, wie das gemacht wird, in Sonderzonenwirtschaft oder erlauben humanitäre Hilfe und das kontrolliert werden könnte, dass nicht nur die Besitzenden das kriegen. Das ist ein komplizierter Prozess. Ich sage nur, die Menschen, Frau Reuter, die dürfen uns nicht egal bleiben. Das ist völlig richtig. Das ist der humanitäre Anspruch, den eigentlich jedes Land und auch die UNO haben müsste. Aber auf der anderen Seite Realismus, Kernwaffen in Nordkorea, dieses Problem, ich glaube, das wird uns weiter beschäftigen und damit müssen wir leben. Das ist das Bittere. Herr Kiesewetter, müssen wir uns damit arrangieren, dass es diese Atommacht Nordkorea auf absehbare Zeit geben wird? Eindeutig. Das ganze Streben Nordkoreas seit den 80er Jahren ging ja darauf hin, dies zu leisten und durch das Ende des Kalten Krieges hatten sie Gelegenheit, sich viele Wissenschaftler, insbesondere aus der früheren Sowjetunion, ins Land zu holen. Dann kooperiert Nordkorea eng mit Pakistan und einigen anderen Ländern, man sagt auch dem Iran. Und diese internationalen, ja, diese, man möchte fast sagen, pervertierte Geheimdiplomatie auf der nuklearen Ebene, die ist den Diensten bekannt, die ist auch in der Politik hin und wieder diskutiert, die müssen wir akzeptieren, die können wir nicht unterbinden. Entscheidend ist aber, dass wir auf UNO-Ebene Nordkorea einen Rahmen anbieten. Es muss schon ein internationaler Druck entstehen durch China, Japan, Südkorea auf Nordkorea, dass sie an den Verhandlungstisch zurückkehren. Und ich hoffe, dass die USA das dann auch einsehen, so wie der Außenminister ja da sehr vernünftig ist. Es geht darum, dass man auch regionale Sicherheitsabkommen abschließt. Denn das bedeutet, dass Nordkorea eine Art Sicherheitsgarantie braucht, um dann auch mittelfrei zu haben, vielleicht auch für humanitäre Hilfe, die von außen kommt, die dann zu einer Verbesserung der Lebenssituation im eigenen Land ist. Die größte Sorge ist doch, dass das Familienregime scheitert von Kim Jong-un und dass dann neue Machthaber kommen, also dass es zu einem Regimewechsel kommt. Auf der anderen Seite sollten wir nicht verkennen, dass das koreanische Volk im Norden und Süden an Einheit interessiert ist. Und dass wir den Dialog wieder aufnehmen müssen mit den getrennten Familien, dass sie sich wieder treffen können. Das ist ja alles vor einigen Jahren eingestellt worden, nachdem es doch Ende, zu Beginn des letzten Jahrzehnts eine ganze Reihe Lichtblicke gab. Also hier geht es wirklich auch darum, den Familien wieder Perspektiven zu schaffen und dem nordkoreanischen Machthaber eine gewisse Grundsicherheit zu geben, dass er diese Rhetorik und die weiteren Anstrengungen einstellt. Das ist allerdings ein sehr langwieriger Prozess und dazu braucht es regionaler Sicherheitsgarantien. Darüber brauchen wir wieder die UNO als Verhandlungsforum. Zustimmung, Herr Kiesewetter, volle Zustimmung. Und Herr Ganser, Zustimmung auch von Ihnen? Ja, natürlich brauchen wir die UNO als Verhandlungsforum, wo sich eigentlich alle Staaten der Welt treffen können. Es ist aber trotzdem so, dass ich auch mit Herrn Hacker und Herrn Kiesewetter einig bin, dass Nordkorea vermutlich in den nächsten Jahren, dass sie überhaupt nicht freiwillig seine Atomwaffen aufgibt. Man muss ja auch sehen, mit welcher Vehemenz zum Beispiel die europäischen Atommächte an ihren Atombomben festgehalten haben. Ich möchte vielleicht eine Geschichte in Erinnerung rufen. Denn Frankreich ist eine Atommacht und sie haben ihre Atombomben im Pazifik immer wieder getestet. Auf Mururoa und als die Umweltschutzorganisation Greenpeace diese Tests störte, haben der französische Geheimdienst 1985 das Greenpeace-Chef Rainbow Warrior einfach in die Luft gesprengt. Das ist Staatsterrorismus von Frankreich her. Und das muss man einfach mal einordnen, wie weit geht denn ein Land, um unbedingt an seinen Atomwaffen und an seinen Atomtests festzuhalten. Da sieht man, man geht sehr, sehr weit. Und natürlich würde ich mir lösen. Herr Ganser, verzeihen Sie, wenn ich Sie kurz unterbreche, aber ist das nicht längst vergangene Zeit? War das nicht das Verhalten des Kalten Krieges? Haben wir das hinter uns gelassen? Nein, leider nicht. Weil die Idee des Atomwaffensperrvertrages, der ja auch von Herrn Kiesewetter dankenswert erwähnt wurde, bedeutet, dass kein neues Land dazukommt und dass die bestehenden, die schon Atomwaffen haben, abrüsten. Ja, wenn diese zwei Dinge funktionieren würden, also keines kommt neu dazu und die bestehenden senken ihr Arsenal, dann hätten wir dieses Ziel Global Zero, also die nukleare Totalabrüstung, die wir ja wirklich alle anstreben, dann könnten wir das erreichen. Aber ich habe mit diesem Beispiel Frankreich und Greenpeace Warrior Schiff gesprengt nur darauf hinweisen wollen, dass eben diejenigen, die die Bombe haben, ganz beharrlich daran festhalten. Sie senken zwar zum Teil die Anzahl Sprengköpfe, das hat man beobachtet und das ist natürlich gut, aber man müsste weitergehen und tatsächlich zwischen Russland und den USA, die ja beide die meisten Atomwaffen haben, dieses Arsenal reduzieren. Darf ich noch mal was sagen? Ganz kurz, ganz kurz, Herr Hacke, ja, bitte. Also ich wollte in Erinnerung rufen, dass unser Thema ist Donald Trump und Nordkorea. Ich meine, was wir darlegen und was gemacht werden müsste, das ist alles schön und gut und das wird zum Teil auch natürlich kontrovers diskutiert. Aber wir haben im Moment das Problem Amerika. Wir haben das Problem der Führung. Und all diese Dinge, die wir jetzt erörtern, habe ich das Gefühl, der Mann ist immun dagegen. Und wir wissen nicht, was er heute sagte oder gestern sagte er, Kim is a smart cookie oder würde sich gerne sogar mit ihm treffen. Erinnern Sie sich, vor einigen Wochen. Jetzt haben wir seit einer Woche eine Eskalation der Konfrontation von ihm gegenüber Kim. Wir wissen gar nicht, was er jetzt in der nächsten Zeit plant. Das ist mein Unsicherheitsfaktor. Wir haben keine Ahnung, wie meinetwegen Verteidigungsminister Mattis die Leute um ihn rum, der ja ein ziemlicher Hauding ist, das muss man schon mal sagen. Dann haben wir den NSC-Chef McMaster, der ein brillanter Militärstratege ist. Dann haben wir einen Chef des Weißen Hauses, Kelly, der, wenn man ihn mal erlebt hat, wo ich mich frage, ob er dafür geeignet ist, Chief of Staff, weil er diese Dinge oder was er bisher getan hat und auch wie er sich geäußert hat, mir eher ein höflich gesagt weißes Blatt Papier ist. Und dann haben wir einen Außenminister Tillerson, von dem ich mich frage, was hat er überhaupt für einen Einfluss? Also ich sage nochmal, wollen wir nochmal auf den letzten Momenten nochmal daran denken, wie ist die Einschätzung von uns mit Blick auf Washington? Und das macht mir große Sorge. Und wenn Sie jetzt noch die jüngsten Ereignisse haben, jetzt in Charlottesville, dann kann ich nur sagen, die höflichste Umschreibung ist, dass Donald Trump außen- und innenpolitisch ein Störenfried ist. Das ist das Höflichste, was ich sagen kann. Und das macht mir auch in dieser Mischung eine ungeheure Sorge. Darf ich mich dem anschließen, was Herr Hacker gerade sagt? Weil ich erinnere mich, als Trump sozusagen seinen ersten Krieg führt und Syrien bombardiert hat, wurde er danach von einer Fox-Journalistin interviewt. Und sie hat ihn gefragt, ja, wie war das? Der chinesische Präsident war ja gerade in Washington und sie haben einen Krieg angefangen. Und dann, und das macht mir wirklich große Sorgen, hat Trump gesagt, ja, er habe eben eine Serie von Raketen auf den Irak abgeschossen. Und dann sagt die Journalistin, Sie meinen Syrien? Und er sagt, ach ja, ja, ich meine Syrien. Das heißt, er konnte Sie nicht daran erinnern, welches Land er bombardiert hatte. Oder wenn man es sehr wohlwollend interpretiert, kann man jetzt einfach sagen, er hat halt die Länder gerade verwechselt. Herr Hacker und Herr Ganser, machen wir uns es da nicht etwas zu leicht, wenn wir jetzt tatsächlich beim Thema Nordkorea die Kritik die ganze Zeit oder schwerpunktmäßig an Donald Trump abladen. Ist das nicht genau der Punkt, den uns vorhin die Anruferin aus Berlin vorgeworfen hat? Beziehungsweise Ihnen. Wir reden über einen unberechten Nachbarer in Nordkorea. Und Sie kritisieren einen möglicherweise relativ unbeliebten Präsidenten, aber immerhin einer, den der größten Demokratie der Welt. Herr Abrüster, ich wollte nur sagen, wir haben fast die letzte Stunde Trump überhaupt nicht erwähnt. Deshalb fing ich jetzt da an, dass wir uns noch mal ein bisschen Gedanken machen müssen über die USA. Und wenn wir kritisch jetzt die Regierung Trump unter die Lupe nehmen, dann heißt das doch nicht, dass wir einen Anti-Amerikanismus versinken. Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Gut, dass das klargestellt ist. Herr Hackel, ich hole jetzt einen weiteren Anrufer in die Sendung, und zwar Herrn Hackel aus dem Elsass. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag, hier ist Hackel ohne Ehe. Ich grüße Sie, Herr Hackel. Ich bin österreichischer Staatsbürger, wohne in Frankreich und habe meine Firma in der Schweiz. Also ich bin eine ziemliche internationale Person. Grüße Sie. Ich möchte nur noch sagen, laut Angaben vom Friedensforschungsinstitut Stockholm gibt die USA gleich viel Geld aus fürs Militär wie der Rest der Welt. Und in der Waffenproduktion produzieren sie auch 50 Prozent der Weltproduktion. Sie haben tausend Auslandsstützpunkte mit circa 700.000 feststationierten Soldaten. Dieses Land braucht Krieg, um ihre einzige wirklich starke Industrie am Leben zu erhalten. Ich würde den Herrn von der CDU sagen, er soll einmal Bücher von Herrn Scholler durchlesen. Dann wird er auch verstehen, dass nicht der Rest der Welt die Aggressionsnation ist, sondern dass die USA die Aggressionsnation ist. Geben wir direkt weiter an Herrn Kiesewetter. Brauchen die USA Krieg? Nein, das ist doch völlig abstrus, hier wieder diese Verschwörungsfantasien zu bringen und das dann noch mit seiner internationalen Erfahrung, die ich sicherlich wertschätze, Herr Hackel, dann abzufedern. Also wir müssen uns im Klaren sein, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges es zwei Supermächte gab, die sich im Wettrüsten gegenseitig versucht haben, überlegen zu sein. Am Ende hat die eine gewonnen. In den 90er Jahren war man der festen Auffassung, dass der Weltfriede ausgebrochen ist. Dann gab es aber viele kleine, verschiedene, multipolare Kräfte. Und plötzlich erkennen wir, dass der Weltfrieden nicht das oberste Ziel ist, sondern die Durchsetzung nationaler Interessen verschiedener Bereiche. Ich gestehe zu, dass der Riesenfehler der Vereinigten Staaten der Angriff 2003 auf den Irak war, mit allen Konsequenzen, weil militärische Eingriffe kein politisches Wiederaufbauprogramm hatten. Deswegen ist ja deutsche Außenpolitik, und ich sage das mit Begeisterung, auch als deutscher Außenpolitiker, dass unsere Politik sich davon intensiv unterscheidet, weil wir Militäreinsätze nur dann für sinnvoll erachten, wenn sie eingebettet sind in ein Wiederaufbauprogramm. Und das haben wir weder in Libyen gehabt, noch haben wir es im Irak, noch sehen wir es im Moment in Syrien. Und die USA sind natürlich Antagonist zu bestimmten Interessengruppen, wie wir das erleben im Iran, wie wir es erleben in Russland. Und Russland kommt in der heutigen Debatte äußerst gut weg. Niemand spricht mehr über die völkerrechtswidrige Besetzung der Krim, die Destabilisierung der Ukraine, der zwei Millionen Flüchtlinge und 50.000 Toten dort. Darum geht es zwar nicht, aber ich will das einordnen. Und aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass wir schwachen Europäer, 500 Millionen in 27, 28 Staaten, dass wir uns haben schwächen lassen, auch mit Blick auf den Brexit und einige andere Vorkommnisse. Das ist ein Weckruf an Europa, was da gerade passiert. Was ich vermeiden will, ist eine Äquidistanz, eine gleiche Abstand, wie wir sie auch in manchen Anrufen haben, dass die Amerikaner schlimmer sind als Russland, beziehungsweise dass wir den Schulterschluss zu Russland suchen müssen. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Europa muss eine Friedensmacht sein, die stark genug ist, auch militärisch. seine Nachbarschaft abzusichern. Wir müssen deutlich mehr investieren in unsere eigene Verteidigung und in eine bessere Entwicklungszusammenarbeit und das verzahnen. Ich bin ein ganz starker Anhänger des 3-Prozent-Ziels, wo man dann mischen kann zwischen Verteidigung, innerer Sicherheit, äußerer Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit. Aber wir müssen unsere Interessen deutlich machen. Wo ist Frau Mogherini in dem ganzen Konflikt? Sieht man nicht. Deutschland, Frankreich und Italien schließen sich jetzt zusammen, glücklicherweise. Aber hier ist viel mehr Europa gefragt und Trump ist eigentlich ein Weckruf an europäische Geschlossenheit, die ich noch nicht sehe. Und die deutsche Außenpolitik der nächsten vier Jahre, wir stehen vor den Bundestagswahlen, muss genau in die Richtung gehen, dass wir europäische Außenpolitik stärken, das Europaparlament stärken, Kompetenzen an ein besser kontrolliertes Brüssel abgeben. Das sind die Punkte, die Schlüsse, die ich daraus ziehe. Ein Trump wird in spätestens acht Jahren keine Rolle mehr spielen, aber bis dahin sehr viel Porzellans erschlagen haben. Wir müssen Europa stärken. Darf ich da kurz dem Anrufer den Rücken stärken? Bitte. Der Anrufer hat ja gesagt, dass die USA sehr große Rüstungsausgaben haben und alle zahlen, also das ist unbestritten. Der Anrufer hat völlig recht. Die USA haben Militäreisgaben von etwa 600 Milliarden Dollar pro Jahr. Und das ist größer als die Militäreisgaben der nächsten 10 oder 15 folgenden Länder zusammen. Also man muss dem Anrufer hier Recht geben und sagen, das Stockholm Institute for Peace Research CIPRI erhebt jedes Jahr diese Zahlen. Und ich denke nicht, dass wenn man das kritisiert, dass man das einfach als Anti-Amerikanismus wegtun darf. Es erstaunt mich ehrlich gesagt auch, Herr Kiesewetter, dass Sie gleich nach einem Anrufer, der sozusagen diese riesen Rüstungsspirale anprangert oder den militärisch-industriellen Komplex anprangert, Sie als Antwort geben, wir müssten in Europa mehr Geld für Rüstung ausgeben. Also das sehe ich völlig anders. Absolut. Für Rüstung und Entwicklungszusammenarbeit. Aber eindeutig. Bitte, Herr Kiesewetter, können Sie das nochmal, ich glaube, es ist etwas untergegangen. Ja, also aus meiner Sicht ist das ganz entscheidend, dass wir Europäer eine besser abgestimmte Außenpolitik machen, was die Stabilisierung unseres Umfeldes angeht. Nördliches Afrika, nahe Mittlerer Osten, Ukraine. Minsk ist ja ein erster Anfang mit dem Normandie-Format, wo die Europäer versuchen, unabhängig von den USA, eine Lösung mit Russland auf der Krim hinzubekommen. Des Weiteren müssen wir mit Blick auf das nördliche Afrika Migrationspartnerschaften hinbekommen, Einwanderungsregelungsgesetze schaffen und die Entwicklungszusammenarbeit besser verzahnen mit Militärausgaben, die nur der Absicherung dienen, der Grenzsicherung dienen, aber nicht der Intervention. Darf ich mal was dazu? Und hier wird eine ganz andere Kontur europäischer Außenpolitik sichtbar, die wir als Position entwickeln müssen, weil wir ansonsten in einer völlig unberechenbaren Welt weiter dann Spielball werden von USA und anderen Mächten. Herr Hacke, zunächst bitte Herr Hacke. Ja, also Herr Kiesewetter, ich bin ja mit vieler Sympathie immer dabei, wenn Sie sich in diesen Dingen äußern. Aber ich muss sagen, bisschen blauäugig, bisschen selbstgefällig ist es mir schon. Also mit den Rüstungsausgaben... Das ist realistisch, mein Lieber. Nein, nein, also Realismus wäre zum Beispiel zu sagen, und das war die Frage von Herrn Hacke, als er sagt, ob die Amerikaner Kriege anfangen oder Kriegstreiber sind. Das würde ich natürlich nicht sagen. Aber ich erinnere an das Wort eines amerikanischen Präsidenten, Präsident Eisenhower, der vom Military-Industrial-Complex in den Vereinigten Staaten gesprochen hat und davor gewarnt hat. Ja, und ich darf nur sagen, dass die Rüstungsindustrie einer der Kernantreiber amerikanischer Industriepolitik ist, in allen Bereichen. Und das sehen wir auch bei Donald Trump, dass er als er in Saudi-Arabien war und auch sonst wo, ganz genau die Interessenpolitik der USA, ich will nicht sagen, nur auf Rüstung konzentriert, aber sie zumindest ist nicht vernachlässigt. Das können wir klar sagen. Das bestreite ich ja nicht. Na, Moment, lassen Sie mich ausreden. Für mich ist der Punkt die Konsequenz für uns. Nein, lassen Sie mich nur, das müssen wir mal klar sagen. Und auch, dass hier natürlich das ein Antreiber ist, dass die amerikanische Rüstung und Rüstungsindustrie die Interessen mit definiert. Also, das ist eine Angelegenheit. Das andere, wenn Sie sozusagen fordern, die Nähe zu den USA und keine Äquidistanz, das sind die Kategorien des Kalten Krieges, die zählen heute nicht mehr. Und außerdem würde ich Ihnen empfehlen, ganz als älterer Herr, Herr Kiesewetter, ein bisschen mehr Selbstkritik. Es kommt nicht mehr an, wenn wir seit 20 Jahren auf dem Weg nach unten sind durch unsere Politik des Westens, der humanitären Interventionen. und natürlich auch einer nicht unproblematischen... Dagegen habe ich mich ja ausgesprochen. Da haben Sie ja recht. Ja, Flüchtlingspolitik. Genau da habe ich mich ja dagegen ausgesprochen. Ich sage ja eindeutig, die Europäer müssen unsere Interessen selber in die Hand nehmen. Sie sagen, wie es sein sollte. Dazu gehört auch ehrlicherweise eine Bestandsaufnahme der Realität und die für uns nicht gut aussieht. Nicht nur Amerika, auch für Westeuropa. Und dann sollten wir ein bisschen selbstkritischer sein und sehen, dass andere Mächte, die uns weltanschaulich natürlich nicht nahestehen wie China oder Russland, und dass wir ein bisschen bescheidener sehen sollen. Dass wir auch Ihre Interessen, Ihre Sicherheitsinteressen nüchtern sehen sollten. Herr Hacke, Herr Kiesewetter. Und da gibt es erst die Kooperation. Da sind wir uns einig. Dann gibt es erst die Möglichkeit. Meine Herren, ich gucke auf die Uhr 11.26 Uhr und wir haben noch Herrn Pleier in der Leitung aus Berlin, den ich gerne noch zu Wort kommen lassen möchte. Herr Pleier, guten Morgen. Guten Morgen. Mit Bitte um ein kurzes Statement. Ich halte Global Zero für völlig illusorisch. Das Einzige, was bleibt, ist eben die altbewährte Containment-Politik, die natürlich jetzt komplizierter wird, weil einfach viel mehr Akteure auf dieser atomaren Weltbühne agieren. Aber alles andere ist eben der Untergang. Und die Atomwaffe wird wahrscheinlich erst dann obsolet werden, wenn in irgendeiner fernen Zukunft technologisch irgendetwas entdeckt werden wird, was die Sache überflüssig macht und den Machtkampf auf eine andere Ebene verlagert. Also bleibt nur Containment auch in Bezug auf Nordkorea. Containment also für alle, die George F. Kennen nicht gelesen haben, die Theorie der Eindämmung. Der Eindämmung. Richtig, dass man Konfliktherde eindämmt, einige Jahrzehnte alt. Ja, und Global Zero, das ist völlig illusorisch. Das erinnert mich an die jahrhundertelangen Versuche der Reichsreform im Heiligen Römischen Reich. Die Reichsstände sind nie bereit gewesen, irgendwelche Souveränitätsrechte aufzugeben. Und dasselbe gilt heute für die Atommächte. Da führen Sie hier zum Schluss der Sendung nochmal einige Theorien ein. Wir haben noch zweieinhalb Minuten. Ich gebe das mal an Herrn Hacke. Ist das tatsächlich die Richtung, die wir bei Nordkorea einschlagen müssen? Eindämmung, Containment? Also nochmal die Konzentration, was die Atomwaffen anbelangt, was der Hörer gerade gesagt hat, die volle Zustimmung. Ja, volle Zustimmung. Global Zero, das ist auch das, das ist eine Illusion. Also Global Zero, keine Atomwaffen, null. Nein, ist Illusion. Lassen Sie mich sagen, ich bin kein Anhänger von Atomwaffen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Atomwaffen auch eine stabilisierende Wirkung haben können. Der Kalte Krieg wäre vielleicht anders gelaufen, wenn in dieser Zeit die beiden Mächte oder nur eine Macht Atomwaffen gehabt hätte. Und regional nehmen Sie Pakistan, Indien, die sich fast immer am Hals liegen. Ja, beide sind Atommächte. Seitdem ist es relativ ruhiger geworden. Also ich warne vor einer Verteufelung von Nuklearwaffen. Die müssen wir ambivalenter sehen. Sie können auch friedenspolitische Funktionen haben. Darf ich noch was sagen? Und mit Blick auf Nordkorea müssen wir einfach sehen, so bitter das ist, dass jetzt Geheimdiplomatie notwendig ist, dass Amerika seine Sinne zusammenbekommen muss in Washington und dass dort eine vernünftige Diplomatie beginnt und dass eben die Konfrontation der Rhetorik eben zurückgenommen wird. Herr Ganser. Ich denke, die USA sollten aufhören mit ihren Angriffskriegen. Das wäre sehr wichtig. Und Herr Kiesewetter, was sagen Sie? Die Konsequenz ist Europa stärken, stärkere eigene Interessen wahrnehmen und sich besser positionieren in der Weltpolitik. Das ist die Lösung. Und da müssen wir auch gegenüber den USA eine stärkere Stimme haben. Und das haben wir in der Vergangenheit als Anlehnungspartner vermieden. Damit sind wir hier am Ende dieser Ausgabe von Kontrovers an diesem Montagmorgen. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben, die uns E-Mails geschrieben haben, Facebook-Nachrichten. Danke dafür. Außerdem danke an die Mitdiskutanten hier, an Roderich Kiesewetter, den CDU-Außenpolitiker, Christian Hacke, den Bonner Politikwissenschaftler und den Publizisten und Historiker Daniele Ganser. Hier also kontrovers. Das war's. Mein Name ist Tobias Armbuster. Ihnen noch einen schönen Tag. Ich binạträum. Wir sehen uns. Vielen Dank.